Okay, das wird auf jeden Fall härter als das letzte Match, das kann ja jetzt schon sein. Wenn die Felwinter Lüge dabei haben und alle 34 sind, wird das hart. 34 ist halt gar nichts. Naja, ein bisschen war es schon. Die machst ja weniger Schaden und die machen mehr bei dir. Das ist halt schon ein kleiner Vorteil. Wenn wir die Taktik schneller ausschalten, dann kriegen wir die Level auch nicht. Das stimmt, ja. Wir haben eine gute Taktik. Eliminiert uns. Alter Taktik. Eliminiert eure Giebe. Drei Schaden, das ist auch überhaupt ein Taktik. Ja klar. Okay, links, links, links. Der ist Low. Oder zwei sind links. Einer ist Mitte. Futter geblendet. Hast du jetzt nicht tot? Ich bin gleich tot. Mitte. Keine Munition mehr, der ist Low. Ich muss mich da einfach wieder belegen. David. Habe ihn mitgenommen. Ich liege da bei ihm. Ich sehe aber jetzt gerade nichts. Ja, holt mich. Bei mir ist es auch noch eine Leiche. Perfekt. Wo ist der Tod? Fuck. Ähm, 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 ähm. Außen. Draußen. Ja, er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Er ist tot. Alle Gegner wurden ausgelöst. Ich habe es gerade überhaupt nicht gecheckt, wo was war. 1, 1, 1, 1, 1, 1. Wir hatten es schlechter, der gerade insgesamt war. Die gehen auf jeden Fall links vor. Und Mitte. Ab einen. Das ist nice. Der ist hier ganz hinten links im Eck. Super low, super low. Granaten drauf. Ab ihn, ab ihn, ab ihn, ab ihn. Er hatte einen wiederbelebt. Mann, was war denn das? Ich lieg unten in der Mitte. Da oben ist ein Warlock. Mit Vax. Zwei Leute. Drei Leute. Alle da oben über meiner Leiche. Alle über meiner Leiche. Super drauf, wenn ihr habt. Ne, habt ihr nicht. Einer geht jetzt auf die andere Seite. Die hängen alle oben im Gang drin. Ich lieg unten in der Mitte. Einer ist irgendwo bei... Oben im Gang über mir. Auf der rechten Seite. Ja, deck die Leiche erstmal. Deck die Leiche. Da kommt einer rechts. Zwei rechts, zwei rechts, zwei rechts. Beide im Gang rechts von dir, Krunt. Beide. 100%ig beide. Einer mit Shotgun. Den anderen sehe ich nicht. Keine Ahnung, wo der ist. Könnt ihr mich wiederholen? Oder deckt erstmal die Leichen. Deck die Leichen. Deck die Leichen. Ja, hol mich wieder. Hol mich wieder. Jetzt ist... Okay, wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Bei den Leichen hier. Bei mir denn? Ja, dann bleib bei den Leichen. Bleib bei den Leichen. Nein, was machst du nicht alleine kopieren? Außen. Ich komme. Ich komme. Der geht bei A durch. Ich bin für den Leichen. Ich bin für den Leichen. Er will für den Leichen. Ja, okay, nice. Danke. Ey, das spielt schon wieder so schlecht. Was mache ich denn? Gegnerisches Team. Aus. Ah, geht's wieder von neben. Ah, fuck. Na, ich hab's nur noch geholt. Ich kann erst einmal den richtigen Panzer auszulissen. Die gehen immer links vor, offensiv. Ja, schon wieder. Ja, der hat mich instant. Bredet's Rache. Beleb' mich über die Bande wieder. Beleb' mich erst wieder. Beleb' mich erst wieder. Nicht jetzt noch sterben. Ja, die sind beide da. Was? Rechts oben, rechts oben, rechts oben. Der kommt, der kommt, der kommt, der kommt. Sauber. Beleb' mich wieder. Fünf Sekunden noch. Darmlos. Lass uns hier die Leiche decken, rechts. Kommt zu uns, Krunt. Die kommt. Was kommt bei dir? Sauber. Da ist noch einer. Er ist low, er ist low. Kommt, den krieg ich jetzt. Den kriegt ihr. Er ist weg. Er ist weg. Ja gut, alles klar. Ich habe super nächste Runde. Nicht klar. Geh mir wieder ein bisschen offensiver vor. Wenn wir wissen, wo sie stehen, sofort Druck machen. Ich hau zwei locker weg. Und den A kriegen wir auch noch. Dauert aber noch ein bisschen. Äh, zehn Sekunden ungefähr. Schwere Munition. Schwere kommt. Ach du meine Güte. Ja, okay. Dann habe ich nächste Runde. Super. Warte mal. Ich könnte es vielleicht schaffen mit Super. Ich könnte es vielleicht schaffen mit Super. Warte mal. Haben wir nichts. Ja, ich habe Super. Schwere Munition. Schwere Munition nehmen. Nice. Nice. Hach. Gegen MG gewonnen. Gegens MG gewonnen mit der Dorn. Ging's MG gewonnen mit der Dorn. Was bist du denn für einer? Oh, das war nice. Letzter aber nice. Das war aber gerade so in der Sekunde, wo die Schwere aufgepoppt ist. Das war mein Super Ray. Der hat mich schon wieder. Links wieder. Kannst mich holen, aber ich steige relativ im Eck noch. Nice, danke. Beide rechts in der Mitte. Ich habe kein Radar. Der kommt um, 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 um. Ja, hat mich. Der ist Low. Rechts im Eck Low. Der kommt. Sauber. Der andere ist auf C. Der andere ist 100%ig auf C. Der letzte. Belebt mich wieder. Belebt mich wieder. Belebt mich wieder Puzzles. Links rum, links rum durch Puzzles. Links rum, links rum, links rum. Weg abschneiden. Wo ist der? Hier, links bei mir. Alter, der hat sich wiederbelebt. Okay. Ich halte euch jetzt nicht zu kommen. Merkur. Gut. Ja, man. Monddestosieres. Monddestosieres. Was ist das? Ist das wiedergefunden? Ich habe vielleicht ein Armreif. Okay, ja, das kann sein. Armreif. Wir können jetzt noch Merkur. Wir können jetzt noch Merkur. Wir können jetzt noch Merkur. Ja, wir können. Achso, ja. Ich muss rausgehen. Ich kann nicht mitkommen. Ach, das Abzeigen. Du hast das Abzeigen, Mann. Wie krass. Geil, Mann. Nice one. Hast nichts bekommen, aber das Abzeigen. Das ist immer nicht schlecht. 8.0 Puzzles. 8.0. Was ist mit dir los? Was? Ich bin nicht gestorben, ne? Doch, einmal. Aber 8.0. Oh, krasser Scheiß, ey. So, jetzt alle zum Leuchtturm. Ich bin gleich wieder da. Oh, Mann. Oh, mein Herz, ey. Ich bin grad voll tief in den Kontext. Aber voll in mein Herz. Boah. Oh, Mann. Markloser sich. Merkur. Markloser sich. Merkuratis. Das war's, ey. Das war's.